Hey Leute, herzlich willkommen wieder auf unserem Kanal, ich bin's wieder, euer Simon und hier gibt's nur mal ein kleines kurzes Infovideo, weil das ist eigentlich relativ kurz und dann hatte ich keine Lust, jetzt extra ein Gameplay rauszukramen oder so und zwar geschwind zwei, drei Sachen und zwar das erste ist, ich suche einen Kanaldesigner falls einer von euch wirklich fit drin ist im Kanaldesign und Avatar-Bilder und Wasserzeichen und gruscht, kann sich gerne mal bei mir melden, können wir alles weiter einfach über Messagen oder Skype oder TS oder so quaken, also falls einer von euch wirklich fit drin ist, einfach kurz mal mir schreiben, das wäre echt eine geile Sache und das zweite ist, ihr seht ja hier in dem Hintergrund drehen sich zwei, wie soll ich sagen, Internetadressen, YouTube-Links oder Adressen und zwar ich habe einen zweiten Kanal aufgemacht, Music meets Gaming, auf dem Kanal werde ich only Musik posten, also ohne Gameplay, sondern nur Musik, die zum freien Download da ist, also GEMA-frei, die ist zu 99 oder 95% würde die auf jeden Fall Ding sein, wie heißt's, for free, wenn, dann will halt der Creator von dem Lied vielleicht was von mir, müsste gar nichts zahlen, Gott bewahre, ich poste die, da gibt's halt wie schon gesagt, es gibt keine Gameplays dahinter, es gibt kein Geschwätz, es wird in dem Video eingeblendet, wer das ist, es ist in der Kanalbeschreibung grundsätzlich immer drinnen, wo ihr es runterladen könnt, wer ist der Publisher, wer ist der Autor, wer ist der Creator, was ist das für ein Remix, wie heißt das Lied, das findet ihr grundsätzlich immer in der Kanalbeschreibung, ich werde in meinem zweiten Kanal ebenfalls ein Infovideo hochladen, das wird auch das einzigsteige Sabbele sein, aber ist einer von euch irgendwie musiktechnisch ein bisschen fit und unterwegs und will einfach ein bisschen Musik präsentieren, kann er auch gerne Bescheid sagen, ist kein Thema, ich nehme auch gerne von euch Musik an, wenn ihr da richtig coole Musik habt, Musikrichtungen habe ich eigentlich keine wirklich bestimmte, es kann Haus, Elektro, es kann Rock, Pop, Techno, Black, was weiß ich sein, kein Thema, schickt's mir einfach her und dann würde ich sagen, Leute, das war's schon wieder, kurz, schmerzlos, aber informativ, bis zum nächsten Video, euer Simon.